so wunderschönen guten morgen meine lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren update video hier bei jp trading deinem youtube-kanal von trader für trader wir schauen uns heute wieder bitcoin und ethereum an in kurzfristigen wie auch mittelfristigen time frame was können wir erwarten was sagen indikatoren und ihr seht schon ich habe mich doch einmal dazu durchgerungen die würmchen map aufzumachen das alles ihr wisst legen wir gleich los mit der analyse aber davor gerne mal ein like auf dieses video geben uns fehlen nur noch wenige abonnenten bis zu den 1700 diesem monat unterstützt mich dass wir diese marke schaffen ein zähes unterfangen ich weiß aber ich will das schaffen mit der community und dann legen wir auch gleich los also ihr seht es hier schon ihr wisst ich halte nicht viel von diesen heat maps ja weil man einfach das alles was hier gekritzelt ist es sieht man auch in den charts es ist kein hexenwerk es ist keine irgendwie besonderheit es ist einfach nur damit schön aussieht aber wenn der youtube algorithmus lieber würmchen sehen will dann liefern wir dem youtube algorithmus diese würmchen und wenn wir uns das hier anschauen die hitmap und beinen bei coin glass aber dann sehen wir hier unten bei den 57.175 us dollar liegt fast eine milliarde liquidität in dem markt drin die bereit sind abgeholt zu werden ja nur mal dazu ganz kurz halten wir uns die 57.175 im hinterkopf und schauen wir mal ob das irgendwie relevanz hätte auf unseren chart und dann gehen wir auch gleich darauf ein zum bitcoin natürlich zuerst was sehen wir hier wir haben jetzt heute tatsächlich noch mal ein minimales higher high bekommen so wie es gestern im update video gesehen gesagt habe ich will vom markt noch mal ein higher high sehen er ist dann tatsächlich auch gemacht aber er hat die 65.000 immer noch nicht erreicht die wo ich angepeilt habe er ist auf 64.850 hoch gegangen nicht ganz 65 schade hätte ich gern gesehen vielleicht wird es ja noch was vielleicht kommt ja noch der hoch weil hier oben liegt auch liquidität knapp über den 65.000 us dollar müssen wir schauen auf jeden fall hier aus diesem bereich ist jederzeit natürlich eine korrektur möglich und deswegen sind wir hier auf der hut auch der indikator im traders club könnte die nächsten stunden wieder anschlagen ich wurde hier leicht ausgestoppt ja wie gesagt gehört einfach dazu wir wissen nicht wann der markt wendet ein gesundes risk management ist das a und o beim trading ja ich habe halt hier jetzt fünf prozent drawdown gehabt insgesamt mit fünfer hebel natürlich ist jetzt nicht die welt deswegen schauen wir uns einfach das hier an also wie gesagt hier kann jederzeit eine korrektur erfolgen und schauen wir uns mal an wir haben ja noch die 57.175 im hinterkopf hoffe ich mal dass wir das nicht schon abgeschaltet haben in der letzten ein paar sekunden wenn wir jetzt hier unsere fipp ziehen nach system unser neues berichtigtes level dann schauen wir uns an hier dann sehen wir beim 61 8er bei 57.240 us dollar da ist das 61 8er und da ist ja genau diese zone wo wir noch die meiste liquidität auf beinen zu haben bei den anderen börsen dürfte es sich ähnlich verhalten ja und ihr seht es auch hier wieder das 61 8er es ist kein hexenwerk ja diese heat maps aber es ist schön anzusehen das ist doch irgendwo in dieser region der markt sich hinbewegen könnte jetzt und das ist ja auch mein ziel dass wir hier aus diesem bereich hier oben nach unten gehen seit wochen sage ich ja das dass wir hier im besten fall hochgehen und dann ein ein higher low in dem markt rein bekommen das würden wir hier bekommen ganz klar wenn wir auf die 57.100 oder 240 us dollar runter gehen natürlich kann der markt hier noch etwas höher gehen wie gesagt ich wollte eigentlich dass er hier drüber geht und dann korrigiert ob es macht weiß ich nicht auf jeden fall ist das hier unsere zielregion knapp 58.000 bis 55.000 das kann sich noch verschieben leicht je nachdem ob der markt noch etwas höher geht aber vielmehr sollte er nicht hochgehen wir sehen auch hier in dieser aufwärtsbewegung die bullen verlieren ganz klar an kraft ja ihr kennt ja diese aussage von mir was ich schon öfters getätigt habe wenn der bergsteiger die kraft verlässt ja und die und der bergaufstieg immer schwieriger wird immer kleinere schritte vollzieht dann sollte demnächst der bergsteiger wieder runter gehen und sich neue kraft tanken danach den gipfel zu erklimmen ja das kann man sich einfach am leichtesten merken und ihr seht es hier einfach ganz klar die bergsteiger hat mühe jetzt weiter hoch zu kommen und jetzt auch noch andere indikatoren anschauen sehen wir auch hier zum beispiel wir haben hier ganz klar higher highs ja ein aufwärts trend auf dem markt aber im volumen profil ganz klar abwärts trend auch hier auf dem rsi das ist auch das was ich gestern gesagt habe ein minimales higher high und dann auf dem rsi eine bergische divergenz auch hier ganz klar zu sehen also ihr seht hier der markt zeigt nach oben und viele indikatoren wie der rsi volumen alles zeigt nach unten das ist eine weitere botschaft die uns der markt sagen will dass wir demnächst eine korrektur sehen sollten ja es ist natürlich nicht in steigen gemeißelt es kann immer nach oben durchziehen es kann irgendeine news kommen wo dann der markt auf einmal plötzlich auf 70.000 hoch schießt wir wissen es nicht nur nach wahrscheinlichkeiten wird es hier jetzt demnächst eine korrektur geben und das erwarte ich auf dem markt und wie gesagt ich werde auch hier shorten wieder sobald mir mein indikator ein short einstieg gibt war noch mal ganz kurz zu dem scammer wo mich und meine community heim besucht hat also der hat ja gesagt dass der indikator einfach nur ein rsi indikator ist wo keine ahnung irgendwas mit dem rsi macht ja also mein indikator bezieht auch den rsi mit auch dem macd auch das volumen profil auch trend wende bereiche zielbereiche ja es ist nicht nur rsi sonst hätten wir hier schon längst wieder ein signal bekommen schauen wir uns das mal an zum beispiel hier hat der rsi sich wieder gekreuzt es kam kein verkaufssignal mehr rein warum weil einfach andere parameter nicht gestimmt haben ja also es ist nicht nur rsi und keine ahnung was der egal gesagt hat somit warten wir überhaupt ob wir ein neues verkaufssignal bekommen und wenn nicht dann geht halt der markt noch etwas höher und dann gibt es es wird demnächst kommen weil alle indikatoren sprechen dafür dass wir jetzt eine kleine korrektur sehen liquidation heatmap sagt auch in dem bereich von 57.000 us dollar liegt liquidität die holt sich der markt höchstwahrscheinlich auch hier nach system 61 8 liegt bei den 57.000 us dollar ist eigentlich kein hexenwerk eine korrektur sollte kommen und wird meiner meinung nach auch kommen gehen wir noch auf ethereum ganz schnell auch hier wir sind hier noch in einem short drin markt ist immer noch schwächer als bitcoin er hat es nicht geschafft hier hoch zu gehen er hat auch kein neues high gemacht bei ethereum somit ist ethereum nach wie vor schwächer und ich würde sogar jetzt bei ethereum ein anderes szenario präferieren und zwar nicht dass der markt hier in diesem blauen trend wende bereich nach oben reagiert sondern sich höchstwahrscheinlich oder eventuell ein gesamtkorrektur level holt und das liegt dann bei 2.427 bis 2.268 us dollar das würde ich sogar noch präferieren gucken wir mal ob der markt so weit runter geht das machen wir uns in grün wie die hoffnung aber wie gesagt ethereum ist schon seit wochen deutlich schwächer als bitcoin hängt dem markt deutlich hinterher also dem bitcoin markt obwohl etf gelauncht wurde müssen wir einfach abwarten was uns der markt hier gibt und ich würde sagen das war es auch schon mit dem update video kurz und knapp mehr braucht ihr nicht zu wissen korrektur jederzeit möglich wir warten auf das signal gehen wir wieder short gucken wir mal ob es diesmal langt um hier runter zu gehen und ich würde sagen das war es dann ich wünsche euch allen einen wunderschönen mittwoch genießt die zeit es wird wieder herbstlicher und wir sehen uns dann auf jeden fall zum nächsten update video euer jo macht es gut und ciao ciao leute